Dieser wunderschöne Ford EcoSport Titanium könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der EcoBoost Motor erfüllt die neuste Umwelt- und Abgasnorm Euro 6D Temp. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt. Das sieht schick aus und das ist die Sonne draußen. Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze mit Lederstoffpolsterung bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fussmatten gibt es bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem EcoSport Titanium schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und Nebellampen vorne. Die Klimaanlage mit Pollenfilter zur Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher vom Typ Sync 3 mit Touchscreen. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Sie sind schicken Ford EcoSport Titanium und seine umfangreichen Ausstattung. Wenn Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne Verlängerwagen. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wiesmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Untertitelung des ZDF, 2020